auch so geil hast du auch gerade hier dein beistuhl ich m14 beiste dass ich von meiner mom ein dildo gefunden habe und den mir mal genauer ansehen wollte ich habe ihn angefasst und schleimige flüssigkeit gespürt ich habe ihn ich habe direkt geschrien und zwei stunden lange durch weil ich angst hatte dass es vaginaschleim oder sowas ist schreibt einer als kommentar drunter was denn sonst denkst du sie hat da mit pudding umgerührt so ihr monstrositäten seid ihr soweit ja cool steffi scarecrow nimm das ist cool das ist scarecrow was du da hast die maske ja die maske ja nur halt in schwarz ja sven ist irgendein ausgebot aus der hölle also die maske weiß ich nicht auto am arsch gemacht der frachtschiff oh nein kriegst du das mit dem frachtschiff oh nein ich kenne das mit dem ich kenne das ich und dann viel spaß beim frachtschiff sieben wir laufen jetzt in polizeirewehr rein und da dürfen wir quasi nicht schießen einfach nur rein laufen sachen und wir raus laufen dann ist alles schick wir haben die schwierige aufgabe müssen erst beim adw hin fahren und dann müssen wir alles da platt machen ja viel spaß können übrigens mit einem auto fahren sieben weil wir müssten zum selben punkt ja aber ich bin mein auto ach ja stimmt wir müssen erstmal polizeibahn klauen stimmt äh sekunde da müssen wir erstmal anrufen ja ihr müsst erstmal abad zu machen konnte man nochmal äh tastenfeld aktivieren lieben ich würd stehen bleiben ich würd bei deinem partner bleiben weil ihr müsst äh bullen anlocken die werfen bei der ring passanten in den kopf schießen ich wollte eigentlich die bull anrufen dass die mir einen polizeiwagen vorbei schicken ja so wird es nichts okay jetzt doch irgendeinen in den Kopf schießen. Mit einem Afro-Amerikaner? Ja. Da werden die Bullen. Bullen sind da. Keine Ahnung. Ein Mensch mit Mentationshinter. Genau. Mal am besten. Hey, ich bin eine Polizistin mit rosa Knarre. Das ist gut. Wo sind die denn jetzt? Hallo? Kommt ihr mal? Ich hab nur eine Pistole. Wir haben nur eine Knarre. Beide. Irgendwo kommt was. Ja. Gleich. Von rechts. Auf der Zinn. Oh. Sehr elegant. Das war zu schnell. Ich glaube auch. Okay. Das fällt gleich absolut gar nicht auf. Weißt du, dass wir eine Karre haben, die voll zerschossen ist. Ah, dann schütteln wir die Cops ab, ne? Du hast die Sirene abgeschossen, Steven. Bei diesem Set war's. Warte. Kommt ein Hubschrauber. Oh. Oh, der sieht uns. Mindestens jetzt gleich... Ich wäre links gefahren, aber okay. Weil, jetzt fällst du in den Kegel aller rein. Ja, das wusste ich jetzt auch, dass da einer spawnt, weißt du? Kann ich einfach hoch? Wer ist denn fest in den Tunnel oder feste Dingens? Mach hier mal irgendwas. Ich weiß nicht, wo dieser Tunnel der ist. Der ist eigentlich direkt hinter uns. Fahr mal, fahr mal gerade aus. Das fährst du rechts, die nächste. Dann fährst du da auf der Brücke, kannst du da links, irgendwo mitten auf der Brücke, kannst du runterfahren. Irgendwo. Ja, da links, da ist doch eine Einkerbung. Ja, oder hier. Und dann fährst du jetzt einfach noch ein Stück links und dann kannst du rechts in den Tunnel reinfahren. Rechts, rechts, hier, rechts, genau. Einfach rein. Ah, okay, ist eh egal. Steffi ist eh tot. Ich hab dir gesagt, geh mal. Achso. Was, geh ich? Wenn ich das beschwerst, müsste er das sagen, ne? Nein, nein. Ja, also nochmal Bullen holen. Ist nicht schlimm. Ja. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir haben sie nicht abgehängt. Also, von daher sind wir jetzt wieder am selben Punkt wie gerade eben. Hui. Du, dass ich nur Quarren habe. Hallo? Ja, wir brauchen ja sonst nichts anderes. Wir müssen ja nur in einem Polizeirevier die Dokumente holen, dann war es das. Dann sind wir fertig. Hab ich jetzt gerade das Ding anstehen? Ja, dahinter ist ein Parkplatz. Ach, egal. Weiß auch nicht, wieso du auf dem hinteren Parkplatz stehst. Wahrscheinlich einfach nur reine Kopfsache oder so. Ähm, so. Jetzt will ich da irgendeinen abknallen. Nicht Schlagstock arbeiten hier. Der ist tot. Mann. Viele Bullen. Guck, du Wichster. Oh, ich hab die Bullen. Ja, alles klar. Da haben sie. Wer ist am schnellsten, der zu stellen kommt. Der möchte als erstes dran glauben. Entsorg mal die Leiche, ey. Nur weil da wieder so ein dummer Nnnn drinne saß, ey. Alter. Missgeburt. Ja, I lose the Cups. I lose, I lose the Cups. Come on, it's down. Go to the chapel. Wer legt das? LAPD. Police, freeze. Alter, das ist so geil. Ich hab mit Stefan um die Ecke gefahren. Alter. Ich hab das bei Bullen auf der Wiese. Sag ich, was sagt hier das LAPD, ey? Das LAPD. Was sagen die? Das ist LCPD, ne? Äh, ja. Liberty City. Liberty City Police Department. LCPD. Police, freeze. Ja, das bringt nichts. Du musst dich erstmal abschütteln, oder? Ja doch, abschütteln sind die, aber nur... Gummigerweise haben die uns noch gesehen. Genau. Hier, go. Ab in die Ego. Yeah. Guck mal, hier kann er das eigentlich. 280, 400. Sieben, schieß doch nicht. Ja, er hat den falschen Knopf gedrückt. Ich wollte den hier machen. Ja, genau. Du wolltest einfach nur zielen. Oh, die Bullen wieder am... Haben wir die Bullen wieder am Arsch? Ja, fahr zurück, dann ist okay. Oh, Mann, ey. Brauchen kann's. Auf jeden Fall. Durch. Stell dir das eigentlich nochmal ein. Ich weiß das gar nicht mehr. Äh, achso. Ich fühl's ja ohne Joya. Doch, die macht das gerade. Doch, crazy Hände, Nase bohren. Ich seh, ich seh den Finger in der Ego. Lol, what the fuck. Oh, Mann. Ey, Luftgitarre geht auch. Yeah. Finger kann ich auch. Ganz hart. Da hinten. Donation. Achso. Halt, ein Radiosender mal ein. Oh, ich wird angeschossen. Wo ist er? So, müssen wir jetzt hin. Ach, ist er nicht weit entfernt. Geht ja. Ja. Jetzt muss ich Musik einfach was lauter drehen. Irgendwie ist das zu lange, zu leise hier. Ich hör gar nichts von meiner Musik. In welcher, ne? Oh, ups. Meine Fresse. Nu, steht die, was steht die, was steht die Laterna da auch rum? Ja, gut, ne? Hat schon mal passieren. So, jetzt einfach, wie gesagt, nur reinlaufen. Müssen keinen umbringen. Einfach nur reinlaufen. Keinen umbringen. Genau. Am besten auch Waffe, Waffe wegstecken. Na ja, hab ich gerade getan. Oh, ganz schlampig. Jawohl. Ah, dann. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, müssen wir nochmal hin? Ah, hier. So, und raus. Ach ja, stimmt. Wir müssen das Polizeirevier noch abfackeln. Muss ich irgendwas in Brand setzen? Ja, gleich, gleich. Ne, ne, hier nicht, aber gleich. Wir fahren jetzt zu einem Ort, da können wir den Wagen dann abfackeln und dann alles schick. Oh, wir müssen den Wagen... Oh, weich. Wir müssen das Polizeirevier abfackeln. Ja, das wäre schon gewesen. Warum soll ich den Wagen abfackeln? Wie doof ist das? Ja, weil es ein Beweisstück ist. Ach so. Ja. Ja. Alles, was man an Beweisen vernichten will, fackert man einfach ab. Ist immer so. Hm. Mach ich auch immer so. Aus der Leichten. Aus der Leichten. Die sollte man am besten mal versenken. Genau, genau, meine Fresse, ey, diese KI, Junge, ist beste überhaupt. Best ever, ja? Wieso, was los? Weißt du, ey, zieh einfach rüber ohne Grund. Die Huren, ey. Da steht schon unser Fluchtauto. Das war schon ein Schleifenwagen. Yeah, yeah, yeah. Ach so, mit E. Coolen Auto. Ja. Ich will bei Team willst du noch draufkippen. Ja, was? Ich will auf Nummer sicher gehen. Hallo, da kommen Leute. Echt? What the fuck? Wo kommen die denn her? Weg doch rein, du Idiot. Wird ja mal hier das Auto. Nicht, dass da jetzt ein paar Typen kommen. Ist aber neu, dass da Leute kommen. Warum werfen alle gar nicht da hin? Das dauert ja ewig. Ja, hast überhaupt eine? Um. Wir wollen die Karre nicht, ne? Jetzt, jetzt, ja, sauber. Und weg. Das ist echt neu, dass da Leute kommen. Das war noch nie vorher so. Wir haben sie wohl geändert irgendwie in der Mission. Keine Ahnung. Die ist mal neu. Das passt in ihm bei mir. Hast du? Ähm... Sekunde. Einstellungen. Audio. Nochmal. Also. So. Sauber. Perfekte Lautstärke. Loser, wie sieht's bei euch aus? Ich bin auf dem Weg. Ich hab noch vier Kilometer vor mir. Okay. Ja, wir sind auch super wieder. Das ist aber ein Auto. Ja, ist egal, ob stehen. Dann bekommen, weil woanders reingerast. Schafft. Sehr gut. So, warte auf dein Team. Äh, bringen alle Spieler in der Eintritt. Weiß gar nicht, warum musste man den Kass... äh, den... Kassko überhaupt, äh, bauen. Äh, ich glaub, weil du irgendwas mit der... mit der Anwältin oder sowas. Oder nee, ich glaub, das war für den... Nee, oder was für den Typen selber? Weiß nicht, irgendwie für den Typen selber? Irgendwie ein Auto oder sowas? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Ach, mein würdest du ausziehen. Ab geht die kleineren Simmel, ey. Jo, das ist ein alter Jaguar oder sowas, soll das sein. Juh, Mario Maker spielen. Live im Let's Play. Ja. Warte mal, irgendwie konnte man doch, meine ich... Äh, irgendwie ging das doch, dass man auch seine Freunde beobachten konnte, oder? Ich schon fertig. Ja. Achso, na gut. Wisse, wieder. Die quatscht mich zu und was mach ich? Hände hoch. Alles easy. Hände hoch. Voll die Augenringe. Bitch. Beste Platin, Junge, ey. Ja, bist voll der... Voll der Gangster, Alter. Auf jeden Fall. Ja, wir kommen zurück. Währenddessen haben wir die Mission geschafft. Ja. Ja. Wuh. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich direkt wieder hier starten, oder? Theoretisch ja. Ja. Guck mal, wie die machen. Na, ich sauf erstmal ein bisschen was. Das ist mal ein Schluck Whisky. Hi. Ich soll auch. Hör auf. Nein. Sie darf... Sie darf nicht trinken. Na, Steffi, du bist doch schwanger. Hör auf. Hä? Ja. Was? Hier. Ah. Ah. Der ist schwanger. Keine Ahnung, Steffi ist doch ingangischwanger, oder? Was bist du... Achso. Ah, gut. Das ist das Weiß. Arsch. Nimm ich halt den Wein. Gehst du weg da? Das ist mein Wein. Ich zieh jetzt erstmal eine Bonn. Haha. Dann nimm ich halt den Smoothie. Ja, genau. Du darfst nur die Kindersachen da trinken. So, hopp, 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 hopp. Jetzt kann ich mich besoffen und auch noch bekifft, ey. Wie geil ist das denn? Hey, Steffi, hopp, hopp. Ah. Hey, ist am Starten? Ja. 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 Du kennst ein Mädchen, weil du oft passiv hast. Das ist passiv. Ich bin ein Rettig. Ja, 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 ja. So, ja, ja, ja. Wie kannst du? Ja. Ja. Ja, ja, wir können. Ja, wir können. Ja. Ey, Mann, tu auf! Bis geht'n? Hey, good work! Oh Mann, wir müssen so ein Gang-Tattoe machen. Sven und Steven haben schon das selbe Tattoo am Hals. Ich hab alle Tattoos genommen, die ich gefunden habe. Ja, man merkt es. What? Oh, oh, best time. Blah. Hast du auch schon mal gemacht, ne? Öfters. Den letzten auch? Ja, Steven, du bist so, so viel tätowiert, hättest du an manchen Stellen nicht noch ein paar Stellen freigelassen, würde man meinen, du wärst ein Schwarzer. Das an der rechten Dingens, was so unter der Brust rauskommt, sieht aus wie ein Penis tätowiert. Das muss man gucken, geht auf der rechten Seite. Auf der anderen Seite. Ich seh mich grad nicht von vorne. Ja, ich hab dich auch gerade nicht von vorne gesehen. Seh immer nur dasselbe, was du auch siehst. Oh, welch Wunder, welch Wunder. Wir sehen alle nur dasselbe Video. Just him and a huge Security Team. Get close to him, take him down and after that we should be ready to go. You're a security team. All right, all right, ready to go. All right, all right, all right. Faramon. So, okay, sehr gut. Faramon. Gefängnis aus Bruch. Nimm dir dein Augenlicht. So, ich muss den jetzt ja wieder auf schwer machen, weil was anderes da hab ich noch nicht. Spitzer Karabiner. Go, go, go. Ja. So. Arthouse Team. Ah, Villa Team. Ja, das hab ich gemacht. Das kenn ich. Wem bin ich in meinem Team? Mir. Ja, dann. Du weißt, wie man das macht, ja? Glaube, ja. Okay. Gut, ich lass das jetzt einfach mal so, weil... Ja, ich hab auch keine Lust, mich dauernd umzuziehen. Ja, eh nix. Baufeich. Baufeich, ja. Ja. Oh, mach. Komm, mach, Junge. Alles wartet doch auf dich. Schöner wirst du auch nicht. Ja. He, he, he. Wach, 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 wach. Boah. Ja, jetzt siehst du echt beschissen aus. Jetzt siehst du aus wie ein Affe. Was, ey? Was Affenbanne, ja? Jetzt hat es euch fertig waren. Weichfertig. Siehst du aus wie ein Affe. War mit deinem, war mit deinem. Ja, komm schon, fahren wir mit dem Samm-Auto. Ist besser. Hinten, nein, hinten, hier hinten. Nicht da vorne, hier hinten. Oh. Fest und Falschen, hier. Ja. Fahr mal noch vorbei. Da vorne, da hinten. Akkurate Drehung auf der Stelle, muss ich dir herlassen. Ja, ne? Also, Burnout hat schon was für sich. So, wir müssen das auf dem Dach klästern, Steffi, und dann müssen wir zwei Leute abknallen. Achso, ja gut, dann ist alles gut. Wir können ja nicht sagen, Sven, ne? Wir klästern mit Steffi auf irgendwelche Dächer. Ha. Wir müssen aber auch auf das Dach hier. Ja gut, bei uns zwei ist ja auch kein Problem. So, wer spielt denn In-Game-Mann und Frau, ja? Also, bitte. Echt mal. Wir sind zwei Frauen. Ich meine, da ist ja alles schick. Best Friends und so, ja? Sven, wir sollten da hin. Da gibt's was zu gucken. Ach, ne, stimmt. Ihr müsst auf das Dach und wir müssen in die Villa rein, ne? Ja, genau. Wir müssen aufs Dach. Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Ist ja gut. Oh, ich muss Sniper spielen? Beide. Haha. Mit Spaß. Wir haben auch am Anfang wegsnipern. Ach so. Ach, das war das. Ja, pass auf. Wenn die... Hast du ein Snipergewehr in der Hand? Ja. Aber wir durften nur mit Schalldämpfern spielen, Steffi. Hast du eine Waffe mit Schalldämpfer? Ja. Die verschickt automatisch eine. Sehr gut. Ja, aber ich hätte auch eine. Aber du kannst am Anfang auch wegsnipern. Doch. Kein Scharfschützengewehr? Nicht mit Schalldämpfer. Ach, Quatsch. Das brauchst du... Du brauchst es nicht. Pass auf, die kommen jetzt da. Ich nehme den rechten. Linken. Auf drei, ja? Ich nehme den linken. Ja. Ach so. Leu. Warte mal. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt. Ja, ich hätte nicht gesagt, dass wir da zum Zielpunkt fahren müssen. Okay, jetzt müssen wir runter. Jetzt müssen wir die Aktentasche holen und alles wegballern da. Super, nicht? Boah, der ist nett. Ihr müsst nur die Aktentasche holen, dann müsst ihr wegfahren. Ja, mach das mal ohne Kuruma. Deiner Pussy-Taktik. Ey, wollte ich nehmen. Ich habe mir die Beine gebrochen. Das ist nicht schlimm. Ich mach schon. Ich bin aufs Gesicht gefallen. Das ist nicht passiert. So, alles klar. Den Rest machen wir, glaube ich, so am besten. Wir müssen mal ein bisschen, auf jeden Fall, da wegräumen. Ein bisschen ist gut. Habe ich noch eine andere Knabe mit... ...Dingens eigentlich? Schalldämpfer? Mh... Ne, habe ich leider nicht. Schade. Ich weiß, einer war noch hier unten. So. Da mussten wir, glaube ich, ins Haus laufen. Ne, ums Haus nur. Glaub ich. Ja, da vorne. Ich meine, da vorne mussten wir lang. Ich bin immer, glaube ich, hier lang gelaufen. Von der anderen Seite, ja. Ja, ja. Ah ja, der kommt hier gleich um die Ecke. Ne, der kommt nur bis da vorne und dann läuft der wieder rum. Sehr gut. Auto zufällig? Bin ich tot. Hast du ein Auto zufällig? Nein. Da müssen wir uns Snickers hier gerade essen. Ich habe die Tasche. Ich hole das Auto. Ich habe die Tasche. Ich habe es. Ich habe es. Ich komme. Wir müssen wieder raus. Ne, wir mussten doch, glaube ich, was holen, oder? Ach, ne, verlass das Gebiet. Okay, so was ja. Bin doch schon dabei. Krasse Rolle gerade. Ja, auf jeden Fall. Hör mal. Parkour, Mensch. Man nennt mich auch Parkour. Ich laufe jetzt mal im Auto. Sonst ist es ein Dreck. Ein Schrauber, der hat uns jetzt. Ein Schrauber? Ja. Ich habe nur verstanden, ein Schrauber. Fahr doch. Was ist denn für ein Problem? Hast du doch nichts. Warum fährst du denn nicht hier in die Dingels rein? Wie war es? Baustelle, unten Rinder. Ach ja. Mach was du meinst. Ist doch okay. Hab in die Grube. Ja, wir haben es geschafft. Na, wir auch. Eben eine Mission auf Anhieb geschafft. Wir sind unbesiegbar. Haben wir jetzt eine Mission hier auch auf Anhieb geschafft? Ne. Echt? Ne, da bin ich doch das erste Mal gestorben. Ach, guck mal. Da stehe ich wieder. Oh. Oh, ich bin weg. Ich auch. Warte, bis dein Team das Gebiet verlassen hat. Steht bei mir. Noch weiter wegfahren? Ich glaube, ja. Jetzt fährt der Spacko mir auch noch rein. Cool, ich mache einen 100 Meter Lauf. Yeah. Einen 100 Meter fahren. Cool, ich wusste gar nicht, dass das so eine Rennbahn ist. Das ist ja cool. Yeah, ja, ja. Eins hat alles abgeliefert. Hol die Unterlagen. Okay. Äh? Äh, was ist jetzt? Weiß ich. Achso, es war schon. Achso. Perfekt. Yeah, Mr. Platin wieder. Ah, ja. Sven ist halt vor der Gangster, äh, vor der Platin-Mensch und so. Ja, weiß er, ne? 20 Karat und so. Nice one, da er ja auch Platin-Karat hat. Ja, eben. Hat so ein Karat, Junge. Ja.